Runde 17 bei CrazyRings. Watch out for the M. M. Ah, Schinken. Ich würde es gleich wieder geben. Schauen wir. Oh, jetzt ist uns wieder so ein total richtiges... Da ist der Schinken. Los, ab mit euch. Spiel. So. Erster Ring geschafft. Hier ist noch ein anderer. Löwe. Panna. Da ist der Hemd. Na, diese musste jetzt genau da rein springen. Hier ist noch ein Löwe. Und ich kriege die Löwe weg. Da ist noch ein Löwe. Hier ist der Löwe. Komm, ab mit euch. Hier Löwe. Na... Oh, was schreckt. Na, das ist... Einmal... Excellent! Oh, hat es geklappt. 296 Punkte. Damit auf in die nächste Runde. Auf nesse. Da ist die Priste.